Wir wollen in diesem Video nun einmal exemplarisch eine Photovoltaikanlage auslegen. Dazu nehmen wir die Modulparameter, die in der Tabelle auf der linken Seite dargestellt sind, und auf der rechten Seite die Parameter des Wechselrichters. Die wollen wir uns aus der Abbildung noch einmal herausschreiben. Also die maximale Leistung unseres Wechselrichters betrage 4,8 kW. Der maximale Strom, den der Wechselrichter verarbeiten kann, das sind 12 Ampere. Die maximale Spannung, das sind 1000 Volt. Und dann haben wir noch die MPP-Spannung, das ist der gelb markierte Bereich. Der liegt jetzt in dem Fall bei 320 bis 800 Volt. Das heißt, die Auslegung der Photovoltaikanlage muss so sein, dass der MPP der Module in diesem MPP-Spannungsbereich liegt. Wir machen also ein folgendes Beispiel. Wir nehmen also jetzt in dem Fall eine Photovoltaikanlage. folgende Auslegung, dass wir einen Strang nur haben. Das ergibt sich natürlich daraus, dass wir nur einen Strang haben können, dadurch, dass wir hier direkt sehen, der maximale Strom beträgt 12 Ampere. Unsere Module haben bereits einen Strom, eine Stromstärke von 11 Ampere. Im Kurzschlussfall, das sind 10 Ampere im Nominalfall. Das heißt, der Wechselrichter kann nur einen Strang dieser Solarmodule verarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Strang. Und dann wählen wir 16 Module aus. Also Modul 1, 2, 3 und so weiter bis Modul 16. Und schließen dann hier an diesem einen Strang dann unseren Wechselrichter, der dann den Strom umwandelt in Wechselstrom und diesen Strom dann ins Stromnetz einspeist. So, das heißt, jetzt müssen wir die sieben Kriterien prüfen, ob diese Verschaltung der Module mit dem Wechselrichter zusammenpasst. Der erste Punkt ist die Prüfung der Leistung. Das heißt, die maximale Leistung. Was machen wir dazu? Wir sehen in der Tabelle die MPP-Leistung unserer Module. Bei STC sind 300 Watt Peak. Wir haben insgesamt 16 Module. Das heißt, 16 Module in der Reihe mal einen Strang mal die 300 Watt Peak. Er gibt damit eine Gesamtleistung von 4,8 Kilowatt Peak. Und das passt zu unserem Wechselrichter, der also 4,8 kW verarbeiten kann auf der DC-Seite. Das ist kein Problem. Normalerweise haben die Wechselrichter auch ein bisschen Toleranz, sodass es auch 10% Überlast unter normalen Bedingungen kein Problem sind. liegt auch daran, dass diese 4,8 kW Nennleistung in der Realität so nicht auftreten. Da unter den Bedingungen ja gelten müsste, dass wir 1000 Watt Einstrahlung und 25 Grad Modultemperatur haben. Diese Kombination tritt quasi nicht auf. Von daher ist das kein Problem. Zweites Kriterium ist jetzt der maximale Strom. Das haben wir gerade schon kurz geprüft. Maximaler Strom. Wir haben einen STC-Strom, nicht den MPP-Strom. Denn wir wollen ja den maximalen Strom betrachten, der auftreten kann. Und das ist der STC, der Kurzschlussstrom. Das sind ja 11 Ampere. Dann haben wir also 11 Ampere mal einen Strang. Damit sind wir halt bei 11 Ampere. Das passt. Das ist kleiner als 12 Ampere. Alles in Ordnung. Drittes Kriterium ist nun die maximale Spannung, die auftreten kann. Dort ist zu berücksichtigen einmal natürlich, dass wir die Open Circuit Voltage nehmen. Das heißt, die 40 Volt müssen wir betrachten, die Leerlaufspannung, weil das die maximale Spannung sein kann, die anliegt. Wenn kein Strom fließt, liegt dennoch diese Spannung an. Und dann als zweites Kriterium müssen wir das noch prüfen bei minus 10 Grad Celsius. Das heißt also, es kommt noch dazu, dass durch den Temperaturkoeffizient die Spannung ansteigt. Und dennoch dürfen wir diese Maximalspannung von 1000 Volt nicht überschreiten. Das wollen wir uns nun im nächsten Schritt einmal ansehen. Was passiert nun also? Wir haben hier das drittes Kriterium. Die maximale Spannung bei minus 10 Grad Celsius Zell- oder Modultemperatur. Wir haben also die UOC. Das sind 40 Volt. Jetzt müssen wir den Temperaturkoeffizienten berücksichtigen. Der Temperaturkoeffizient Gamma. Das sind in unserer Tabelle minus 0,34 Prozent pro Kelvin. Also nicht Beta, sondern nicht Gamma, sondern Beta. Wie haben wir den bezeichnet, das sind minus 0,34 Prozent pro Kelvin oder Grad Celsius. Das heißt also, wir haben jetzt ein Delta T von minus 35 Kelvin. Da wir von 25 Grad auf minus 10 Grad runtergehen, haben wir ein Delta T von minus 35. Und das Delta U, das heißt die Änderung der Spannung, das sind damit also unsere 40 Volt multipliziert mit unserem Temperaturkoeffizient. Das ist minus 0,34 Prozent pro Kelvin multipliziert mit der Temperaturänderung. Das sind minus 35 Kelvin. Das heißt also, hier haben wir jetzt also das UOC mal Beta mal Delta T. Das ist die Gleichung, die dazu gehört. Wenn wir das ausrechnen, ergibt sich damit eine Vergrößerung der Spannung von 4,76 Volt. Das heißt, die Leerlauchspannung steigt um 4,76 Volt bei einer Zelltemperatur von minus 10 Grad Celsius. Damit ergibt sich für unsere Photovoltaikanlage, wir haben 16 Module in Reihe. Und damit bekommen wir als Spannung 16 Module multipliziert mit der neuen Spannung. Das sind also dann 44,76 Volt. Und wenn wir das ausrechnen, bekommen wir eine Maximalspannung von 716,16 Volt. Das ist kleiner als 1000 Volt. Und damit ist diese Prüfung auch bestanden, dass die Verschaltung passt. Wir überschreiten die maximal zulässige Spannung des Wechselrichters nicht. Als nächstes gilt es nun zu prüfen, ob unsere Verschaltung innerhalb des MPP-Spannungsbereichs des Wechselrichters liegt. Das heißt also in dem Fall, ob die Modulstranglänge innerhalb dieses gelb markierten Bereichs liegt, zwischen 320 und 800 Volt. Das wollen wir nun auch prüfen. Zunächst unter Standard-Testbedingungen. Das heißt also, wir wollen wissen, wie ist die MPP-Spannung bei 25 Grad Celsius Zelltemperatur. Das heißt also, OMPP bei plus 25 Grad Celsius. Was haben wir? Wir haben 16 Module in Reihe. Die MPP-Spannung liegt bei 30 Volt. Das heißt, wenn man das ausrechnen, ist es bei 480 Volt. Das heißt also, voll innerhalb des gelb markierten Bereichs. Die MPP-Spannung unter STC-Bedingungen ist also, und diese Bedingung ist erfüllt. Die nächste Bedingung, die wir nun prüfen wollen, ist, was passiert, wenn jetzt die Temperatur steigt der Module als ein Extremwert, der tatsächlich auftreten kann im Sommer. Das heißt, wenn wir also bei plus 70 Grad Celsius sind, was passiert dann? Das heißt, wir müssen nun zunächst ausrechnen, wie groß ist die Spannung bei 70 Grad. Wir haben eine Temperaturdifferenz von plus 45 Grad Celsius oder plus 45 Kelvin. Wir haben ein Beta von minus 0,34 Prozent pro Kelvin. Das heißt, daraus ergibt sich eine Änderung der MPP-Spannung von minus 4,59 Volt. Die Spannung sinkt eines einzelnen Moduls, wenn sich das Modul auf 70 Grad Celsius Zelltemperatur erhöht. Damit ergibt sich also eine Spannung im MPP-Bereich bei plus 70 Grad Celsius von 25,41 Volt. Die Spannung sinkt des einzelnen Moduls. Und was bedeutet das nun für unsere MPP-Spannung unserer 16 Module in Reihe? Wir haben also ein UMPP, das sind also dann 16 Module mal 25,41 Volt. Und das ergibt in Summe 406,56 Volt. Auch das liegt innerhalb unseres betrachteten MPP-Spannungsbereichs. Das wechselricht das. Sechstes Kriterium ist nun die Prüfung der MPP-Spannung bei minus 10 Grad Celsius. Bei minus 10 Grad Celsius. Das heißt, auch dort müssen wir nun wieder prüfen, ob die Spannung, die ja nun steigt, innerhalb unseres Bereichs liegt. Delta T ist also minus 35 Kelvin. Das Beta bleibt das Gleiche. Das heißt, hieraus folgt ein Delta UMPP unseres Moduls von plus 3,57 Volt. Wichtig jetzt natürlich, das betrachten wir für die MPP-Spannung, nicht für die UUC-Spannung, wie bei dem Kriterium zuvor. Das heißt also, unsere MPP-Spannung verändert sich bei minus 10 Grad Celsius Zelltemperatur auf 33,57 Volt. Die Spannung steigt. Naja, und daraus bekommen wir damit eine MPP-Spannung unserer 16 Module mal 33,57 Volt. Das heißt, auch die Spannung steigt natürlich. Das sind jetzt in dem Fall 537,12 Volt. Also auch das Kriterium haben wir erfüllt. Und dann bleibt noch das siebte Kriterium zu prüfen bei lediglich 100 Watt Einstrahlung. Also wenn die Einstrahlung 100 Watt pro Quadratmeter beträgt. Was wir da noch als Information brauchen, die gebe ich jetzt an der Stelle noch an. Die MPP-Spannung fällt auch ab, nicht so stark wie der Strom, aber dennoch ist die MPP-Spannung etwas kleiner. Die setzen wir nur mit 15 Volt an und wollen nun angucken, was passiert. Wir haben noch gesagt, als Kriterium, beim Kriterium Nummer 7, dass wir eine etwas höhere Zellspannung haben. Das Delta T, das sind 5 Grad Celsius oder 5 Kelvin, dadurch, dass wir bei 30 Grad Celsius Zelltemperatur diese Betrachtung machen. Das entspricht jetzt gerade 30 Grad Celsius Zelltemperatur. Hieraus ergibt sich damit eine Veränderung der Spannung. Das heißt also, die MPP-Spannung, OMPP, in dem Fall bei 100 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung und bei 30 Grad Celsius, liegt dann lediglich bei 14,745 Volt. Die Spannung sinkt etwas, dadurch, dass die Temperatur steigt. Was heißt das dann für unsere MPP-Spannung in diesem Fall? Wir haben wieder 16 Module mal 14,745 Volt. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf eine Gesamtspannung von 235,92 Volt. Das liegt nun knapp unterhalb unserer Grenze von 320 Volt. Das heißt, hier haben wir eine Abweichung. Das ist für den Betrieb tatsächlich jetzt aber unkritisch. Der Wechselrichter kann in dem Fall nicht seine volle Leistungsfähigkeit erreichen, den maximalen Wirkungsgrad, da bei 100 Watt Einstrahlung, eher im Bereich von 90 bis 92 Prozent liegt. Sodass die Verluste, die man dort in Kauf nehmen müsste, durch die Unterschreitung der MPP-Spannung vernachlässigbar sind. Weil die Gesamtleistung in dem Fall natürlich auch statt 4,8 kW lediglich in der Größenordnung von 480 Watt oder sogar noch darunter liegt. Sodass also diese Verluste tolerierbar sind. Das heißt, insgesamt haben wir festgestellt, dass jetzt diese Verschaltung unserer Module, diese 16 Module in Reihe mit einem Strang an diesen Wechselrichter, dass das funktioniert, dass die Kriterien erfüllt sind. Und man nun in einem weiteren Schritt prüfen könnte, wie sehen nun Stromertrag und der Jahresertrag aus. Wie viel Energie produziert diese Photovoltaikanlage an einem Standort unter bestimmten Bedingungen, was die Ausrichtung und die Neigung der Module angeht, das schauen wir uns in einem späteren Video an.